Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guten Morgen, liebe Radelfreunde. Mein Name ist Benni und willkommen zur Abschlussfahrt des Radweg-Tour Brandenburg. Ich bin gerade in Joachimsthal gestartet und stehe direkt hier am Berberlinsee. Den Radweg-Tour Brandenburg habe ich inzwischen verlassen und befinde mich auf dem Radweg Berlin-Usedom. Diesen bin ich vor einem Jahr auch gestartet. Die heutige Etappe führt von Joachimsthal über Bernau bis nach Berlin. Habt ihr Lust? Dann hängt euch ran! Ich radel nun Richtung Berlin. Bis zur Stadtgrenze sind es circa 54 Kilometer. Es wird Zeit für einen Rückblick. Mai 2021. Corona-bedingt waren alle Hotels und Campingplätze geschlossen. Daher konnte ich den geplanten Radweg Berlin-Usedom nicht fahren. Kurzfristig beschloss ich, den Radweg-Tour Brandenburg zu radeln. Etappenweise. Im Uhrzeigersinn 1111 Kilometer. Auf diesem Radweg konnte ich nach jeder Etappe mit der Bahn zurück nach Berlin fahren. Startpunkt Joachimsthal. Ich habe mein Kopf über Wetter über Wetter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ihr Lieben, was für ein schöner Radweg, oder? Der Radweg ist gut in 16 Tagen zu schaffen. Ich habe ihn in 13 Tagen gemacht, denn ich bin drei Etappen nicht gefahren, und zwar von Brandenburg bis nach Wittenberge. Diese Etappen bin ich ja auf dem Havelradweg gefahren. Liebe Leute, ich bin inzwischen genau an der Stadtgrenze von Berlin. Mein Fahrrad steht in Berlin und ich stehe noch in Brandenburg. Und hier geht es nach Berlin. Liebe Leute, ich habe noch gut 18 Kilometer vor mir. Da nehme ich euch noch mit. Wenn ihr Lust habt, hängt euch ran. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Passt auf euch auf, bleibt gesund, euer Berger Benni. Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020